jo leute und damit zurück zu kaiser mario mit dem flash mit centus ja ja weiter geht's ich will nicht wieder fehlen wenn überhaupt ja jetzt war ja schon längst ein bisschen da bin ich jetzt gestorben dass ich noch ein fix aber ich glück ich leider nicht so schlau war neben gut gespeichert man ja genau darüber man habe ich gesagt darüber ach ich krieg jetzt schon wieder weil ich nicht auswählen also ist centus ja wohl und noch eine runde ich bin behindert oder was bin ich behindert bin ich behindert bin ich behindert alle durchsagen bist du jetzt hinter den bomben oder was jetzt ernsthaft wie lange hast du da jetzt gerade dran gesessen was bestimmt vorher schon geübt du heimlich klar du hast immer heimlich schon so eine stunde immer geübt und deshalb zu schaffen du hast ihn pissen ja guck mal und nein jetzt habe ich ein safe unten gesetzt ob ich behindert als habe ich so falsch gespeichert ne ach ne ja reißt noch die hut ab warte mal da muss ich mir noch mal ein safe rauspicken so sicher ist sicher bevor ich wieder falsch drücke aber das ist mies jetzt kommen die stachelkupper ja und brauchst die doch nur drehen ja toll wenn aber manchmal zu blöd dazu hat man ja gerade zu drehen ich bin jetzt schon zu blöd irgendwas zu machen jawoll ouch und jetzt picke ich mir das ding voll in den arsch ich bin nur eine halbe stunde ich sehe ich jetzt schon kommen jawoll kann mir nicht irgendwie glitschen kann man nicht irgendwie cheaten und über den stein lang gehen ich bin nicht irgendwo speichern da vorne alles dahinten groß safe groß safe ich brauch gar nichts machen hier wieso ja weil ich immer vorne an dieser pflanze schon abstütze jawoll meinst du wenn du beim kumpa hoch springst ne dann nicht schon ein weit noch weiter davor spring ich immer gegen die pflanzen ok bist denn soweit da hä wieso bist denn soweit da ich bin ja noch vor dem kumpa ne wieso ja weil ich noch vor dem kumpa bin du vogel ich riech so richtig anfall ja mann ey hier einfach laufen 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 nein nein habe ich gesagt der geht doch und spring so die falsche kombi ring habe ich gesagt was der erste der zweite man ich war du bist schon beim ende oder eigentlich komplett dadurch warte mal nein 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 fick dich doch ins knie bei mir sind schon die sounds ausgegangen ja 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 wieso gehen bei mir eigentlich immer die sounds aus kannst du mir das mal verraten weil ich ganz von dem laden ständig kommt das passiert bei donkey gong auch wenn du zu schnell jetzt so verpackt ich habe das problem nicht ist aber nur schlecht jetzt habe ich gesagt ich werde noch mal spiel das gar nicht mehr zentos ich spiele euch irgendwas anderes fährt agro schon mittlerweile weil ich ständig entweder an der pflanze verrecke oder vor dem gumper schon runter stürze wow ok ich glaube ich muss die tasten gleich nochmal umstellen das macht mich so richtig aggressiv die spiel und er läuft einfach nur runter weil er keinen bock hat zu springen ok ok das kommt auch gut ah man ey ich muss mal ganz kurz meine tasten umstellen ich muss das nochmal testen das ist das ich muss das nochmal testen ich muss das nochmal testen ähm ich muss sprinten also muss ja ja Gibt es noch einen Arm? Ah, nee. Ah, ah. Ah? Nee. So. Wann das gehen? Das weiß ich nicht. Das da tue ich, bring dich gleich um hier. Was soll man da denn jetzt hochkommen? Äh, du bist bei dieser länglichen Ding, ne? Centus? Das geht nicht. Das ist mit dem Sprinten nicht so wirklich. Nein, Centus, du bist bei diesem Ding, was sich ein- und ausfährt, ne? Nö. Bei welchem dann? Ja, wenn du mir sagst, das... Der hat sich das nun... Der hat das nun nicht so umgestellt, wie er sollte. So. Weil dann kurz am Ende, das ist ein Ding, was sich ein- und ausschiebt. Da ist ein Block am Ende. Der ist nur versteckt. Ja, nee. Ich bin grad ganz vorne noch. Bei so einer scheiß Pflanze. Wo ich erstmal hochkommen muss. Ah, du musst auf der Pflanze draufdrehen, ne? Ja. Nein, ich wär fast hinter dem Gumpa gewesen. Boah. Naja, rutscht noch runter. Ja. Nein. Nein. Aha. Fuck. 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 Spiel dieses Spiel gleich nicht mehr. Pah. Ich werd es heimlich aufnehmen und nur noch aufnehmen oder...